Kennst du eigentlich Mitashi12? Das bin ich. Ich hab nen kleinen Penis. Aber wenn du den gern lutschen würdest, ich würd mich freuen. In den Chat, nen Follow dalassen, falls ihr keine Follower seid. Und ihr könnt absolut absagen. Hopp, hopp, ich kann gar nicht fliegen. Ich schwöre, Retail, was auch. Ich f*** dieses Game. Junge, ich bin auf nem Flugmountain unterwegs, das kann nicht fliegen. Ich bin auf nem Flugmountain unterwegs, das kann nicht fliegen. Ich spring runter, tot. Spannende Musik 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 Dankeschön für euch und den Support. Dankeschön auch an Fluttershyo und Fane für die Primes. Dankeschön an El Razor mit 6 Monaten Tier 1. dass Leute hier Kohle reinhauen und wir so tun, als wäre nichts passiert. Das darf nicht passieren. Mitashi, was ist denn ein großer Streamer? Ähm, Kimu. Wir müssen gleich unbedingt uns den Umgang abholen und natürlich auch unsere Schuhe verzaubern lassen. Ich glaube nur, dass sieben Beweglichkeit auf Schuhe acht große ewige kostet und die kann ich mir gar nicht leisten. Also entweder gehen wir gleich Oni machen oder wir stellen uns in Orgrimma in die Innenstadt und fangen an Schwänzen zu lutschen oder A** zu gehen. Je nachdem, was die Freier gerne wollen. Wusstet ihr, dass bei Billy einmal im Jahr im Dorf mit Haaren geköpft wird? Boop, boop, boop. Das ist illegal. Ey, ich denke, das ist illegal. Ich habe mit Billy nichts zu tun. Natürlich. Die Bullen wissen es eh, aber eigentlich offiziell. Stellt euch mal vor, in was so einem degenerierten Dorf ihr wohnt, dass sie ihn in Haaren köpfen und Billy erzählt mir das so, als wäre es das Normalste der Welt. Ey, Bro, wir köpfen einmal im Jahr einen Haaren und dann kommt der Haarenkönig und oh mein Gott. Okay, er kommt alle in die Hölle. Oh mein Gott. Geht wohl, Fettashi? Ja, natürlich! Das geht! Fettashi? Was ist das? Das ist natürlich wieder, das ist Schiebung. Das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Löschen, aber ich muss Delete eingeben. Delete. Okay, okay, okay. Warte mal. Nur mal die Frage. Würde das gehen, wenn wir das so machen? Hellfire mit einem L? Mich sieht ja keiner. Ich bin das gespürt der Stadt. Boah, Junge, mein Bart schwitzt. Jetzt, wo du sagst, ich bin wieder on fire. Du bist in der Luft und wie geht denn das? Puff! Bist du heute so hot oder was? Mach doch nicht das Ding mal. Was machst du da? Mama, mach das mal bitte wieder auf. Alter, was machst du da? Scheiß mal auf diese Hurensöhne gegenüber von der Schule. Mach mal komplett auf. Ich bin nicht aggressiv, aber du... Du bölbst die ganze Zeit im Stream rum. Ich höre das schon. Was mache ich? Du bölbst die ganze Zeit rum. Ich bin gut gelaunt. Was, ich scheiße auf die Leute. Junge, wenn ich anfange, mich am PC zu setzen, kannst du ja gehen. Hier, das sind Hunde. Wo? Draußen? Hallo. Mama, hey. Hallo. Du darfst nicht fremde Leute mir vorziehen. Riech nicht. Boah, du riechst. Schon ein bisschen raus, oder? Nach Apotheke. Ey, Jungs, ich wollte nur ganz kurz sagen, wenn irgendjemand einen Code hat für das magische Huhn und möchte mir das geben, ich lutsche dir deinen Schwanz. Und ich meine nicht dieses Schlechte, wo du so denkst, hm, wann komme ich denn? Sondern ich meine diesen Rundum-Service, wo ich dir sogar die Eier lecke. Was ich meine? Ich ziehe meine Zunge am Schaft hoch und runter. Vorspiele, hey, 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 Muschilecken und so, das hat das, wenn du in den Puff gehst, keine Chance. Keine Chance. Das ist Pay2Win, Bruder. Wenn du da hingehst und sagst, ich hätte gern einen gelümmel, 20 Euro, ja, okay, 20 Euro, da kriegst du Tripper. Mein Dad hat mich mal mit dem Tisch abgeworfen, weil ich in Arena verloren habe. Mein Dad hat mich mal mit dem Tisch abgeworfen. Der stand da rum. Arena Game verloren, Digga aus dem Handgelenk. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Ich meine, es war nur so ein Ikea-Tisch, so ein kleiner. Aber Junge, den hat er mit einer Präzision geworfen. Holy shit. Aber jetzt kommt der Punkt, warum es ein Pelodil ist und kein Krokodil. Der Kopf und dann der Schnabel. Versteht ihr? Das ist der Teil vom Kroko. Kroko. Und das ist der Teil vom Deal. Das heißt, hey du, nee. Was? Was habe ich denn da gerade gedacht? Ey, Entschuldigung, das ist der Teil vom Pelikan. Das ist der Pelikan. Ey, es tut mir so leid, es ist Pelikan. So, versteht ihr? Und dann kommt Pelidil, was habe ich gesagt? Die TBC Beta kommt und ich kriege am ersten Tag keine Einladung. Sollte die TBC Beta kommen und ich kriege keine Einladung, werde ich genau am ersten Tag, wo alle Leute TBC spielen, Fortnite spielen. Meine Damen und Herren, klippt diese Scheiße, ich meine das Dead Series. Wenn Blizzard mich wieder außen vor lässt, spiele ich an dem Release von der TBC Beta Fortnite. Kunle ich aufhören, Ich bin einladung. Ich bin einladung. Ich bin einladung. Und dann kann ich mich noch